Hallihallo ihr Lieben, ich bin's eure Texas Patty und die Venus steht quasi schon direkt vor der Tür. Viele haben gefragt, ich beantworte es jetzt. Ich bin als Host und Botschafterin auf der Venus für My Dirty Hobby. Wir lassen die ultimative Party steigen. Wir haben Live-Shows, richtig coole Überraschungen. Ihr könnt natürlich mit allen Mädels Fotos machen, euch Autogramme holen und was das Herz begehrt. Das Wichtigste auf gar keinen Fall vergessen. 20. Oktober Donnerstag bis 23. Oktober Sonntag sind wir für euch am Start. Die ganze Truppe, alle Mädels und natürlich auch ich. Also, ich freue mich ganz doll auf euch.